So wie in der Karlsruher Kirche St. Stephan liegt auf fast jedem Orgelpult in Deutschland das Freiburger Orgelbuch. Es bietet passende Stücke für alle Arten von Gottesdiensten. Jetzt gibt das Amt für Kirchenmusik einen zweiten Teil heraus mit neuer Musik, neuen Stücken. Stücke, die mit einer ganz anderen Klanglichkeit aufwarten als so das bekannte Orgelgebrause zum Ausgang oder die leise ruhige Musik während der Spendung der Kommunion. Dass wir auch mal für zum Beispiel Busfeiern in der Fastenzeit oder Kreuzwegandachten auch Musik haben, die mal etwas in unseren eingefahrenen Hörgewohnheiten rüttelt. Bezirkskantoren des Erzbistums haben die Werke zusammengestellt, auch Patrick Fritz Benzing in Karlsruhe. Wenn also demnächst in den Kirchen ungewohnte Klänge ertönen, dann liegt es vielleicht auch mit an diesem zweiten Freiburger Orgelbuch. Als jetzt clip im Auftrag des Zähne www.musikonferente.de Wie auch immer, wenn es hier in der Zeit ist, den Körpersen zu verpassen, müssen wir gleich zu erinnern. Ich will mich nicht mehr über die Zeit in den Zeitung. Auf erinnern ist, es kommt mehr über die Zeit, zwei Langsruhen zu verpassen. Ich möchte es nicht mehr über die Zeitung. Ich will nicht mehr über die Zeitung über die Zeitung, ich kann sie sehen, wie die Zeitung in der Zeitung fördern. Ich weiß nicht mehr über die Zeitung ein paar über die Zeitung. Vielen Dank.